Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 24. Mai 2024. Und das sind unsere Themen. Null-Bock-Nation. Muss sich Deutschland mehr anstrengen? Russlands Bojen-Offensive. Seltsamer Grenzkonflikt im Baltikum. AfD ade. Der Fraktionsausschluss und die Folgen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten. Für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de Einsatz. Halten Sie sich im Job für leistungsbereit? Falls ja, sind Sie in guter Gesellschaft. Denn laut einer C-Way-Umfrage im Auftrag von T-Online tun das 83 Prozent aller Befragten. Aber halten Sie auch die Deutschen generell für beruflich leistungsbereit genug? Hier sinkt die Zustimmung auf 45 Prozent. Die Diskrepanz zieht sich durch sämtliche Altersschichten. Besonders ausgeprägt ist sie bei den über 65-Jährigen. Alle faul, außer mir. Diese Ansicht ist in Deutschland offenbar weit verbreitet. Was womöglich zu der ebenfalls verbreiteten Einstellung beiträgt, nun seien mal die anderen dran mit kümmern. Wie das Geschirr in einer lange nicht mehr aufgeräumten WG-Küche türmen sich derzeit die Herausforderungen im Land. So hoch, dass man die Küchentür lieber gleich wieder zumacht. Arbeitskräfte sind knapp wie nie. Doch Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wünschen sich kürzere Arbeitszeiten. Nachwuchskräfte scheuen immer häufiger vor Führungspositionen zurück. Beamte machen sich lieber juristisch unangreifbar, als Entscheidungen zu treffen. Manager zögern mit Investitionen. Firmenerben verkaufen lieber das Familienunternehmen, als sich für seinen Erhalt krummzulegen. Frank-Walter Steinmeier hat dazu gestern in seiner Rede zu 75 Jahren Grundgesetz einen passenden Satz gesagt. Er sagte wörtlich, was wir jetzt brauchen, sind Bürgerinnen und Bürger, die nicht sagen, was kümmert mich das, sondern die sagen, ich kümmere mich. Natürlich ist unser heutiger Freitagstitel über die Null-Bock-Nation eine Zuspitzung. Es gibt in Deutschland noch immer viele Millionen von hart arbeitenden Menschen. Sie sind jederzeit bereit, Verantwortung zu übernehmen, im Beruf, in der Familie, im Ehrenamt. Doch entscheidend für Lage und Stimmung im Land ist nicht, ob es diese Menschen überhaupt gibt, sondern ob ihre Zahl und ihre Bereitschaft für die Extrameile eher zu- oder abnimmt. Und da scheinen wir zumindest nicht auf dem aufsteigenden Ast zu sein. Eine tiefe Malaise habe sich über Deutschland gelegt, konstatiert der britische Economist. Wie sieht die Lösung aus? Ich bin kein Freund davon, die Menschen zu mehr Arbeit zu nötigen. Eine Abschaffung des Rechts auf Teilzeitarbeit, wie sie der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert, halte ich für falsch. Wer es sich finanziell erlauben kann, soll meinetwegen so wenig arbeiten und so früh in Rente gehen, wie er oder sie möchte. Bei entsprechenden Abschlägen, klar. Denn vor allem müssen die Leistungsanreize stimmen. Mehr zu arbeiten muss sich lohnen. Und das ist derzeit nicht immer der Fall. Gerade bei den unteren Einkommensschichten bleibt nach Steuern und vor allem Sozialabgaben am Ende zu wenig Netto vom Brutto. Dahan etwas zu ändern, sollte eigentlich ein ursozialdemokratisches Projekt sein. Der Aufsichtsrat von ThyssenKrupp hat gestern dem Teilverkauf der Stahlsparte an die Firma EPCG des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky zugestimmt. Er hat den Konzern damit tief gespalten. Die Entscheidung fiel gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter im Kontrollgremium. Der Aufsichtsratsvorsitzende Siegfried Russwurm, der zugleich Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie ist, musste sein Doppelstimmrecht nutzen, um die Entscheidung durchzusetzen. Der von der Arbeitnehmerseite entsandte stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Kerner kündigte erbitterten Widerstand an. Er warnt, dass die Anteilseigner um Herrn Russwurm mit dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Miguel Lopez mit dem Verkauf die Leinen zwischen der ThyssenKrupp AG und der Stahl AG kappten. Die dadurch entstehenden Risiken seien völlig ungeklärt. Die Arbeitnehmervertreter sorgen sich vor allem um die künftige Finanzierung der Pensionsverpflichtungen für die Stahlsparte. Auch fragen sie sich, ob die nötige Liquidität, um den Betrieb der angeschlagenen Sparte in den kommenden Jahren fortführen zu können, gesichert ist. Russland Einen Tag nach Bekanntwerden russischer Pläne für eine Verschiebung der in der Ostsee verlaufenden Seegrenzen sorgen ähnliche Vorstöße für Unruhe an der russisch-estnischen Grenze. Russische Grenzschützer hätten am Donnerstag Navigationstonnen im Grenzfluss Narva entfernt, teilte die estnische Polizei mit. Etwa 24 der 50 kürzlich zur Markierung der Schifffahrtsrenne in der Narva platzierten Bojen seien in den frühen Morgenstunden beseitigt worden. Die genaue Position der Markierungstonnen in der Flussmitte ist zwischen den beiden Ländern umstritten. Die Narva bildet die östliche Außengrenze zwischen der NATO und Russland. Estlands Grenzschutzchef Egert Belizeff sprach von einem weiteren Akt der Provokation seitens Russlands. Wir sind davon überzeugt, dass sich die Bojen dort befanden, wo sie sein sollten, sagte er laut einem Bericht des Estnischen Rundfunks. Dennoch habe der Grenzschutz das Entfernen der Bojen nicht verhindert, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. In Russland war zuvor in der Gesetzesdatenbank der Regierung ein Entwurf des Verteidigungsministeriums veröffentlicht worden. Darin wurden eine Anpassung der Seegrenzen im finnischen Meerbusen und an der auch an Litauen grenzenden Exklave Kaliningrad angekündigt. Dies hatte die Nachbarstaaten alarmiert. Später war die Initiative ohne Angabe von Gründen wieder aus der Datenbank verschwunden. AfD Am Ende ging es fast so fix wie eine Ritterkreuzverleihung im April 1945. Eigentlich wollte der französische Rassemblement National erst nach der Europawahl die Fraktionsgemeinschaft mit der AfD beenden. Nun hat die Fraktion Identität und Demokratie, ID, bereits gestern den Rausschmiss der AfD beschlossen. Die Fraktionschefs begründeten den Beschluss mit einer Reihe von Vorfällen um den Spitzenkandidaten der AfD, Maximilian Krah. Gemeint sein dürften Krahs Einlassungen über das Wesen der SS. Die AfD-Abgeordneten hatten noch versucht, den Ausschluss abzuwenden. Sie hatten sich zuletzt offen gegen Krah gestellt. Die Leiterin der AfD-Delegation, das ist die Gruppe aller AfD-Abgeordneten im Europaparlament, Christine Andersson, schlug vor, Krah aus der AfD-Delegation und damit der gesamten ID-Fraktion auszuschließen. In einer E-Mail schrieb Andersson an den Parteivorstand, dass das ein letzter, wenn auch verzweifelter Versuch sein könnte, den Ausschluss der gesamten AfD-Delegation aus der ID-Fraktion doch noch verhindern zu können. Die Partner hätten ein massives Problem mit Krah. Andersson warnte eindringlich, die Folgen der Fraktionslosigkeit, finanzieller Schaden in Millionenhöhe, dürften allgemein bekannt sein, schrieb sie wörtlich. Keiner Fraktion anzugehören, hat im Europaparlament handfeste Nachteile. Die Fraktionen können Personal einstellen und erhalten Büroräume, die aus dem Haushalt des Parlaments finanziert werden. Auch bestimmte Posten im Parlament sind an den Fraktionsstatus geknüpft. Aber dass die Fraktionszugehörigkeit für die AfD offenbar millionenwert war? Nein, Frau Andersson, das war mir bislang nicht klar. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang ohne Statusverlust. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for people